Ja, da machen wir wohl die Kreia, würde ich sagen. Wir haben ja lange drauf gewartet. So, Herz habe ich an, Biest habe ich bei Kalks habe ich dabei. Pops stelle ich mal noch ein. So, und dann könnten wir ja mal... Warte mal, ich habe hier sogar... das Blaue... rumliegen. Machen wir mal zack und zack. Und noch die Penz raus. Da geht's los. So, ich hoffe, dass hier gerade keiner ist, aber ich glaube, hier ist gerade keiner. Hallo, Nietzsche. Also ich habe hier ein letztes Mal im Dunkeln gefeinert, da war Nacht gerade, habe meine Federn einfach angemacht für Licht und so. Ging eigentlich doch relativ gut, klar. Ich habe aber auch nicht lang gemacht, nur eine halbe Stunde oder so. Aber jetzt sind wir unter Wasser. Endlich, so unter Wasser. Okay, hello Nietzsche, wie geht es dir? Auf jeden Fall kann man hier echt richtig gut sein Agris verballern. Und man kann da mal den Loot hier anmachen, nebenbei. So, ein Decam unter Wasser, yes sir. So, hier muss man immer so ein bisschen aufpassen, sind jetzt hier so gerade die Area, wo die Stuntower sind, die zwei. Ich bin auch nicht auf der Main-Rotation, weil ich erstmal mit den Mops klarpumpen bin. Busch und Bissen und so. Ich habe meine Schnorchel vergessen. Ich glaube, ich habe sogar ein Portrait, tatsächlich eine Taubmaske. Warte mal, wo mache ich den hier überhaupt? Eigentlich wurscht. Ja, ist eigentlich ziemlich cool, ey. Ich habe zwar Fragmente auch gepreordert, aber ich gehe meistens so für eine halbe Stunde ab bei Zucaya und hole mir da dann die Fragmente. Die droppen der da doch relativ fix, ey. Und Schrupp passt dann Schlüssel für Zucaya. Eigentlich ziemlich gut. Na, Sascha, wie geht das dir? Naid. Es klappt auch besser als gedacht tatsächlich hier unten, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, aber... Muss auch ein bisschen mit der Rotation klarkommen. Wie gesagt, ich war ja erst hier eine halbe Stunde oder 40 Minuten war das. Aber ich konnte es mir ganz gut merken. Ich habe zumindest den Weg wieder gefunden. Bei mir ist sonst alles gut. Naja, so gut es geht. Ich hatte heute früh... Eigentlich wollte ich ja zum Zahnarzt für eine Zahnreinigung, aber daraus wurde eine Wurzelbehandlung. Jetzt ist es so wie bei der ganzen rechten Seite. Also, wir wurden schon angeschwollen, aber... Passt schon. Ist deine Musik ein bisschen laut? Die ist eigentlich gar nicht so laut. Also, bei mir sieht die so weit in Ordnung aus. Hört ihr mich schlecht? Kann sein, dass ich leise rede, weil ich die Gusche nicht so weit aufpräg heute. Pause, Bänkchen. Hallo, André. Ich sitze gerade, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wie gerade ich hier gerade sitze, ey. Ich sitze aber sowas von gerade, ey. Ich kann sonst die Musik auch leise machen, wenn ich ein bisschen zu leise sein sollte. Jetzt müsst ihr mehr sagen. Yay! Yay! Joa, aber ich muss sagen, so oft schon hat das ganz gut geklappt. Da habe ich auch auf Optimal-Modus gespielt dann. Ging eigentlich ganz gut. Das ist ganz geil, ey. Die Mops, die rennen ja richtig schön entgegen, ne? Schon praktisch. Ich will trotzdem so ein bisschen aufpassen. Das klappt ganz gut mit Kalks und Biest, aber ich will trotzdem ein bisschen aufpassen. So, Kurima, komm mal mit mir mit zum nächsten Spot. Komm mal mit mit mir. Das ist gut, du Lass, Bän. Und hallo, Reinigung. Ja, endlich bin ich wie gewünscht unter Wasser und wie ihr seht, das klappt. Auch ohne den Greifenhelm, dank 329er DP-Bracket. Ich habe trotzdem gut Respekt, muss ich sagen, vorm Spot. Ja, aber jetzt sind wir endlich in die Psychaya-Erm. Das ist auch ganz nice. Ich habe auch mal geguckt, ne? Aber Psychaya mag ich so viele Prozente, wie ich normalerweise an der Puppe machen würde. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Die Sound, ja, die Soundeffekte habe ich jetzt aus, weil das mit der Musik sonst mal ein bisschen, ja, blöd ist. Sonst müsste ich die Musik komplett ausmachen, damit wir halt die ganze Zeit die Soundeffekte haben. Das klingt sonst echt scheiße mit dem, die meine Decay vor sich gibt, die Note. Du darfst mich natürlich schießen los, sie kann ich dir helfen. Tell me, tell me. Hallo, Saki. Jetzt macht mir natürlich die Kreia auch Spaß, jetzt darf ich nicht vergessen, dass wir noch 30 Flammen fehlen. Äh, Flammen. Yikes. Amber meine ich natürlich für die Flamme. Oh mein Gott. 30 Flammen. Holy moly. Naja. Alle jetzt eingerichtet, man kommt mit Ton, aber kein Bild. Schau mal, voll auch durchstanden. Ähm, hast du das über Streamlabs eingestellt? Und verknüpft miteinander? Hallöchen. Machst du drauf? Ich bin nicht bei mir, wohne ich bei Tuono. Ich bin die Psycho. Ja. Yes, sir. Ich bin in gefährlichen Gebieten unterwegs und mach Geld. Hallo, Seth. Good loot. Ja, schauen wir mal eher, was hier so rauskommt. Tomo, was war so gutes Dropen, ey. Ich hab auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Du kannst ja einmal die Woche, die Weekly abgeben, ne, in Napa Sikaja. Äh, mit diesem Dingsbums hier. Was ist denn? Hier. Mit der Form einer vorzeitlichen Kreatur. Hab erstmal direkt ein Tunrad rausgezogen und ein Viper. Richtig gut. Hab auch in meiner Testrunde hier, die 30 oder 40 Minuten, ein Red und ein Black gedroppt. Ich hab auch noch mal ein Tunrad, in dem Kisi. Ich bin froh, dass du die Flamme nicht fahren musst. Also, Turo macht eigentlich Spaß, aber du bist immer darauf angewiesen, dass du halt auch jemand anderen dabei hast. Ich werde aber wahrscheinlich auch die Woche dann nochmal mit Thorsten hingehen, weil ich brauch echt noch 30 Ember, dann ist das Ding auch erledigt. Ähm, ja. Du, das müssen wir uns wahrscheinlich mal aufs Team angucken, was du eingestellt hast. Das ist schlecht, wenn ich nicht mitgucken kann, weißt du? Da müsste ich halt, da müsste ich halt wirklich mal raufschauen. Die Hobbystellung ist bei dir durchgegangen. Das ist ja neu. Carried wie immer. Da war ich schon echt lucky, ja. Wurde ich auch direkt angeflampt. Da mach ich einfach dieses Ding und krieg gleich so eine Luz daraus. Naja. Das ist jetzt ein Time genommen. Wir haben Pizza-Beschäftigung und noch der Pizza. Jikes. Ja, das müssen wir uns halt wirklich aufs Team angucken. Das ist schlecht, wenn ich da nicht mit dir reingucken kann. Aber ich denke mal, das ist ganz fix. Gefixt. Hallo, Guido. Wie viele Agris haben wir hier eigentlich? Ich hab' jetzt Lucky Lucky machen. 40k. Hätte ich. Du hast halt hier eine übelst hohe Punktzahl, glaube ich, ne? Was das Agris abzieht, wenn hier unten die Mucks Farms, soweit ich weiß. Ich weiß noch nicht genau, wie viel das sind. Aber schon schön hier unten, ja? Ich find Apasikra ja ein bisschen geiler, weil da noch die ganzen Korallen und so auch sind. Weil du nach oben guckst, hast halt irgendwie immer mehr über dir. Letztens ist ein Hikaru bei mir drüber geschwommen. War auch ganz geil. Mal. Was? 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 oder schwimmst du mit OBS Studio? Bei STREAM über OBS Studio. Ich habe dafür dann extra Tabs drunne. Da gibst du immer einen Link dann bei STREAM, ab dem du dann OBS einfügen musst, damit das halt auch als Bild dargestellt wird und nicht nur Ton. Ich schwimm heute. Ich finde das hier unten ziemlich nice, muss ich sagen. Das sage ich vielleicht so lange, bis ich hier von jemandem umgerutzt werde. Mal schauen. Aber bisher läuft es echt gut. Ich habe erst überlegt, ob ich Frenzy nehme, habe mich dann aber doch für die Wiesel entschieden. Ich finde das eigentlich so gerade ziemlich gut, der Kombi. Wenn du sonst so eine Anzeige haben willst, wie ich es habe, dass es zusätzlich nochmal im Chat kommt, dann brauchst du den Streamlight-Chat-Spot. Noch zusätzlich. Aber wie gesagt, es ist jetzt blöd gerade. Ja, und wie läuft es bei dir? Wie ist es so ein Jahr älter? Ich weiß gar nicht, was ich hier so trashig schon noch mache. Das muss ich mal alles austesten hier. Jetzt gerade habe ich nur die blaue Loot-Scrawl an. AP-mäßig klappt es hier unten eigentlich relativ gut, muss ich sagen. D.P. ist so ein bisschen hart an der Grenze, aber funktioniert eigentlich auch ziemlich gut, wenn man ausweicht. Das ist eine kleine Fete. Wasser hat einen ruhigen Abend. Und jetzt eine andere Zahl. Erinnert sich nicht wirklich, weißt du? Ohne Ausrufezeichen. Geht das? Einfach so. Magie. Es ist Zauberrei. Oh mein Gott, verbrennt sie. Sie sind an der Hengse. Gehst du weg mit deinem komischen Stein hier. Das fällt dir ein. Ja, und sonst bei euch? Wie war Nikolaus? Irgendwas besonderes gewesen? Oder alle ganz entspannt? Alles wie immer. Allein, allein. Ich habe schön eine Spanke gemacht, ja. Aber schon geil hier unten, ja. Ich mag das schon. Aber ich würde momentan, weiß ich noch nicht. Also, ich mag den Spot, aber ich weiß noch nicht, ob ich das nicht immer noch lieber mag. Es wird sich zeigen. Wird die Zeit zeigen, ja. Ich weiß nicht, Mann. Ich mag Hystria halt voll, ne? Jaja, also mehr Money mache ich auf jeden Fall in der Südkraine. Das ist mir schon klar. Du hast halt hier permanent Mobs, ne? Das ist halt richtig gut. Ja. 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 Ich habe nicht so lange gemacht hier letztes. Ich muss halt noch erstmal auf die ganzen Pulse und so klarkommen, ne? Und jetzt. Ja. 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 selber polizeibuch können sie sein da wo ich immer bin aber wenn ich hier so und ja wenn ich so nicht im block stehe ist es schwierig manchmal ja da krieg ich dann ganz schön den keller ab muss ich sagen ach so ich sehe aber auch gerade dass mein dinge ist abgelaufen sonst läuft alles gut glaube ich freitag wieder anna ja wir spinnen an anna fertig denke ich natürlich was fertig sind denn noch drei oder vier kapitel aber ja ich kann die bs kreierkarten wolltest du mich hier besuchen kommen oder was ich sollte hätte mich mal reparieren sollen sie gerade hier muss ich mal gucken ich habe hier auf dem safe spot wo ich am anfang stand ich muss noch mal gucken wo der war bevor meine kutum hier noch einen arschhob macht und nun ist es laut gerade fühlt sich ziemlich gut an wobei ich eigentlich dachte dass ich mich repariert habe ich habe eigentlich doch repariert oder habe ich mich nach dem einlaufen auch gar nicht repariert habe ich weiß es nicht mehr kann ich denn hier eigentlich schnell mal ja vielleicht richtig tolle pärchen wäre voll arschmäßig ja wir müssen halt irgendwo was anderes machen play friday okay das ist immer aber was anderes das ist immer aber was anderes ich fühle mich momentan noch ein bisschen langsam ne vom trash und so die stunde mal gucken mal gucken so mit kompletten esswissen und so visage bist du irre ich spiel doch nicht visage ne 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 visage ist nicht so meins ich bin nicht auf einer komischen rotation ich bin auf einer nebenrota und nicht auf der main aber komisch ist sie nicht ich merke das aber wenn mein kalk aus ist ne dann ist aber hoch dann merke ich es doch schon spürbar ob die ne ich brauche auf die main nicht gehen okay ich grunde mich jetzt hier erstmal ein um mich an die mobs zu gewöhnen oh gott ja song of horror ist ach manny song of horror würde ich gerne vergessen oh 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 okay was habe ich da gedroppt ich habe mich gefreut was habe ich gedroppt was ist das da 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 okay ich habe eine perle gedroppt okay ok da bin ich gerade genug errollen boah geht so nett ach so ok ja dann hebe ich das einfach auf oder Boah, diese Slows sind schon ekelhaft von den Tauern hier. Finde ich. 29 K. Trash mit Worry? 30 K. Trash mit Worry? 31 K. Trash Main, roter oder was? 31 K. Trash Alltf 32 K. Trash Alles klar, Andrej. Das ist Freudag. 32 K. Trash Das ist toll, denke ich, ich droppe etwas Besonderes, als es eine Piano. Na ja, warm. Na ja, warm. 29 K. Trash Das ist voll heftig. WTF? Wie geht das? Wo geht das? Hallo? Hallo, Gönia. Ja. Ja. Also, selbst wenn du goldene Lutzkohl nimmst und agress und so, glaube ich nicht, dass du auf 29 K ein bisschen heben kannst. Echt? Auf 29 K höchst du ja? Auf 29 K höchst du ja? Auf 29 K. Trash Wo denn das schon? Ashforus 89? Hä? Ich dachte wir reden über Hystria. Mit TF? Aber was reden wir denn jetzt so? Hystria oder Ashforus? Mit TF? Verwirrt mich nicht. Ich muss doch vorne gucken. Er ist nicht verschrieben. Vermutlich, ja. So. Na. Ich bin Tabela. An. Ja. Töuer. Oh! Ich bin Tabela. Oh! 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 Ich bin Tabela. Oh! 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 Ich kann da gerade nicht reingucken, was du da geschickt hast. Ach, was weiß ich denn? But a woman, but a pang. Bing, bing. Welchen Sektor gar nicht mehr? Viel Geld würde ich auch gerne, ja? A grind, hm? Warte. Nur kaum kann ich auch was Cooles mal droppen, so nach 20 Minuten. So, dann mach ich dann nochmal das Aquis dazu an, weil ich mit 40k nicht so weit kommen werde, glaube ich. Aber nachts hat's auch gut geklappt, also ich muss jetzt nicht nur bei Nachtisch dann raus. Zumindest ist es in meiner Testphase nicht. Mit Stream ist ja doch ein bisschen anders, ne? Bei diesen FPS und so, aber... Wurde ich vorbeikommen? Warum? Was ist losgekommen? Warum würdest du vorbeikommen? Ja, hallo, Schlieri! Hallo, boy! Was geht bei dir? Ich bin, äh... Dipsy Kaya. Mit euch da sehen wir uns nochmal. Mit dich alles easy, du bist doch eine große DK. Okay. Ja, ja, total! Aber schon schön hier unten, ja. Mag ich schon. Äh, ich weiß es nicht. Das werde ich gleich herausfinden, wie viel ich die Stunde gemacht habe, Schlieri. Das kann ich dir gleich erst sagen. Ich habe jetzt auch gerade nur eine blaue, äh, Lutzko an. Krone, Villa, Kalk, Beast und Herz. Danach werde ich eine Runde mal probieren mit, äh, Agris. Mal gucken. So, für die erste Runde wäre ich ja schon glücklich, wenn ich über 3K komme oder so. Mal gucken. Mal gucken. Ich peile aber so 4K an erstmal. Mal gucken. Mal gucken. Ich bedarf ja auch noch ein bisschen Übung. Mal gucken. 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 erstmal so 4k anpeile, ist das glaube ich erstmal ganz in Ordnung, oder? Für die ersten Runden. Ich weiß nicht, wo ich mich hier so pro Stunde aufhalten sollte mit dem Loot. Habe ich hier erfahrene Sukriya Grinder?